Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier bei Shadow of the Tomb Raider. Wir haben eine erste Krypta entdeckt und ihr wisst Leute, wenn Krypta Zeit ist, dann ist auch nur Zeit. Und offensichtlich haben wir uns eine Grabenschrift auf einem Kreuz gegönnt. Ich hoffe, das wird nicht das einzige bleiben. Hier war seit Jahren keiner mehr. Nice. Sozusagen ein Tomb, was wir raiden können. Oh, Fähigkeitenpunkt. Sehr schön. Ich würde mal sagen, wir sparen jetzt aber erstmal 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Und gucken dann weiter. Da vorne sehe ich eine Falle. Okay. Das hat ja schon mal geklappt. Ah, okay. Lass mich raten. Der klatscht runter und wir müssen durch den Tunnel entkommen. Nicht? Ha. Dann war meine Prediction wohl falsch. Ich denke, da geht's raus. Ja, das denkst du. Aber das wäre ja langweilig. Ich dachte, das wäre einfach. Ach, das sieht doch noch relativ einfach aus. Ich weiß gar nicht, was du hast. Huh. 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 Ups. Müssen wir dann nach rechts. Da kommen wir nicht rum. Aber das sieht gut aus. Oh, shit. Das ist ein bisschen bedrohlich, wenn die alle schon so halb rüberkommen und auf mich drauf schauen. Aber das ging ja tatsächlich noch. Jetzt müsste ich den Sarkophag erreichen können. Scheiße. Ich muss weiterklettern. Ach, das ist doch eine Sauerei. Du müsst ja auch immer bedenken, um das Ding zu verstecken, muss das jemand rückwärts gemacht haben, ne? Oder die Infrastruktur war vorher intakt. Das kann natürlich auch sein. Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Dein Ernst. Mann. Okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir regen uns nicht auf. Alles gut. Eigentlich war das alles in Ordnung. Genauso wie das hier. Okay. Okay, rüber, rüber, rüber. Und einmal. Und zweimal. Okay. Vielen Dank. Ich bin gerade etwas verwirrt. Wir gucken erstmal, wo es hier weitergeht. Und dann schauen wir auf der anderen Seite nochmal weiter, falls wir nochmal zurückkommen. Uh, Karte. Lösegeld für einen König. Okay. Das sieht nach Conquistador aus. Okay, dann müssen wir tatsächlich nochmal auf der anderen Seite schauen. Aber, ich meine, das war ja schon ziemlich, ob wir so hin sollen. Ich vermute einfach, dass wir jetzt hier mit diesem Fahrstuhl runterfahren. Hat geklappt. Lieder schnell raus, bevor ihr alles zusammenstürzt. Uiuiuiuiuiuiuiui. Okay. Ich glaube, wir haben alles. Boah, das freut mich, Leute. Das wird ja richtig gut geklappt hier. Ja, gut. Einmal runtergefallen, aber komm, das passiert. Wo ist er denn? Ich hätte schwärmen können, hier war noch ein Hase. Komm, jetzt hol die Spawn. Was will man tun? Okay. Hat geklappt. Und ab mit dir. Sehr schön. Uh, Golderz. Der gute Shit. Das hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Müssen wir dann also... Oh, weiter. Im Wasser versteckt hat sich ein Ressourcenlager. Ich bin zutiefst enttäuscht. Wie gesagt, die Fähigkeiten punkte, die sparen wir gerade noch mal. Sehr schön. Hallo, Jonah. Na, alles fit bei dir? Dann gehen wir jetzt tatsächlich auch mal in Richtung Dorf, wo wir eigentlich hinwollten. Hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Das sieht ja fast so aus, als hätte jemand gewollt, dass man da nicht durchkommt. Immer diese Einbrecher. Schlimm, schlimm. Siehst du das? Das muss Kubak Yaku sein. Wir müssen da runter. So, der Plan. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los. Bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Das bräuchert doch schon hier. Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Also Audio und Bild sind ja aber etwas ausversögend, kann das sein. Bist du okay? Ich bin okay. Bin okay. Ganz offensichtlich sind wir okay. Ich meine, was würden wir denn tun, wenn wir nicht okay wären? Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf sind. Ich auch. Okay. Schade mit Pulver. Aber ich finde es sehr gut, dass wir schon mal den nächsten Moduliten freigeschaltet haben. Lernen Sie alte Dialekte zum Entziffern. Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Schlangen bewachen Leben und Tod. Ich liege gefangen in ihrem ewigen Kampf. Okay. Schauen wir erst mal hier unten. Was haben wir denn hier Schönes? Ressourcenlager. Na, immerhin. Schauen wir mal, was wir hier oben machen können. Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Hm. Zählt Internat auch? Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Nichts. Okay. Lassen wir es los. Langsam. Okay. Tschüss. Viel Spaß. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir müssen da Wasser reinbringen. Und dafür müssen wir erstmal hier oben Wasser hier vorne reinleiten. Sie ist richtig. Sie ist richtig. Ja, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Ja, dann auf, auf. Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja. Es geht mir. Oh, es ist zu schwer. Hilf mir mal. Danke sehr. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Na komm. Und hoch. Das Wasser füllt den Eimer. Gut. Mal sehen, was die Gegengewichte machen. Okay. Ach, der Eimer lädt. Komm zurück. Wir versuchen es nochmal. Hm. Oh, warte. Da ist noch eine Kiste. Die habe ich noch gar nicht aufgemacht. Ja, Eli. Äh, Eli. Schon. Jonah tut mir leid. Ich muss jetzt erstmal gerade looten. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Na komm. Plupp. Ja, das war toll. Ähm. Ja, komm. Komm ran jetzt hier. Und schieb. Ach, der Eimer leckt. Komm zurück. Wir versuchen es nochmal. Ach, ich kriege doch die Krise hier. Was ist denn da los? Muss ich das erwischen, wenn es wieder hochkommt, oder was? Ja, ist okay. Lass los. Schnell. Ich kann es kaum noch halten. Ich fühle mich dezent verarscht. Okay, also ich muss wirklich runter. Ich halte das nach wie vor für keine gute Idee. Okay, aber gut. Hat gehalten. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Ganz offensichtlich. Aber wir haben doch nicht geguckt, ob es da was zu looten gibt. Was ist das? Totem. Das ist eine Art von Stehle, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Tiere und natürliche Ressourcen in der Bewegung zu spüren. Ja, wenn wir das mal nicht jetzt brauchen. Wenn ich jetzt wandern. Können wir da noch durch? Oh, tatsächlich. Wollte mich noch einmal auf der anderen Seite gucken, ob es hier noch was zu looten gibt. Da hatte die Katz ihn leider uns unterbrochen. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Wollte nur noch mal sicher gehen. Gut, gut. Nice. Auf geht's. Wir gönnen uns mal eine Kräutermischung. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Huuu. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Ja, das wäre ja auch langweilig, wenn überall die gleichen Ruinen wären, ne? Erstmal ein Lagerfeuer gegönnt. Wie viele Punkte haben wir einen Fähigkeitenpunkt? Das ist nicht viel. Durchgang, vielversprechend. Wie ging das Rätsel gleich nochmal? Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Hm. Hm. Wie weit wird es wohl nach Kuwakiaku sein? Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen. Aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Okay. Okay. Irgendwann gab es hier Menschen. Hoffentlich sind sie noch da. Okay. Schauen wir mal gerade an. Abendsternumhang. Okay. Ähm. Okay, 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 okay. Es ist nicht so, als würden wir das unbedingt brauchen. Gucken wir mal eben, was wir hier upgraden können. Theoretisch noch mehr Damage. Knockpunkte. Höhere Schussfrequenz. Aber das brauchen wir eigentlich alles gar nicht, weil wir ja schon einen ziemlich geilen Bogen haben gerade, ne? Ich würde, glaube ich, erstmal darauf verzichten. Davon ist ein Durchgang. Davon ist ein weiterer Durchgang. Okay. Bist du nicht. Warum nicht? Was haben wir hier? Stoffe. Ich habe was gefunden. Das könnte ein Zugang sein. Wenn es nicht die Zivilisation ist, warte ich hier am Feuer. Also, hä? Hast du was gefunden? Wurzeln und Ruinen. Gehen wir dann jetzt weiter? Ja, los. Okay. Okay. Nee, gehen wir nicht. Ich bin gerade verwirrt. Ich würde sagen, was hinter dieser komischen Wurzelmauer hier liegt, das erfahren wir erst in der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dahin. Haut rein. Bis bang. Vielen Dank.